Endlich wieder Spargelsaison. Ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, wie man den Spargel richtig schält. Ich habe alles da, einen Schäler, eine Schüssel, aber irgendwie habe ich vergessen, das Wichtigste zu kaufen, den Spargel. Aber das macht gar nichts, denn heute ist nicht Weltspargeltag, sondern es ist Weltnichtrauchertag. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme heute anstatt des Spargels einfach mal Zigaretten und Schäle sieben. Und warum habe ich diesen ganzen Quatsch jetzt überhaupt gemacht? Wegen der Dampf statt Rauch-Challenge, die heute beginnt. Zerstört eure letzten Zigaretten oder Zigaretten im Allgemeinen und ladet das Video dazu hoch. Damit tut ihr nicht nur was Gutes, sondern ihr könnt auch einen Gutschein für E-Zigaretten gewinnen, die euch dabei helfen, das Rauchen aufzuhören. Ich nominiere euch alle!